so wir machen weiter bei amoros wir sind immer noch auf der fangl map unterwegs wir sind immer noch bei conan kun 88 beim reinscheißer des monats das ist richtig wir können starten alle sind okay weil ich schon mal poste eigentlich ja okay dann wird es zeit dass ich es wieder werde ja kommen die rote im zelt nicht direkt erwischen lässt viel 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 fahren und hat spaß viel fangl und hat fangl ja ein gutes ich muss dringend auf klo ist gleich okay ich bin es nicht gut ach so ich war ich war gerade ach man dorm ist schon wieder dieses dieses video spielen ach ja dafür haben wir jetzt endlich gelernt wie diese rohre funktionieren im letzten part ich habe jetzt immer noch nicht diesen korb wieder bekommen ich hatte den korb das allererste waren und seitdem hat er den korb nie wieder denn disconnect oder macht einfach gerade nix muss er wirklich auf die toilette war das kein spaß jetzt halt einfach oh ich bin falsch mensch das ist ein leichtes opfer also den kann jetzt halt jeder weil man verwandelt sich da auch hier nicht in jemand anderen man wird hier einfach nur irgendwas ich verstehe noch nicht so ganz was das klingen soll also dass ihr es sieht halt keiner wer wer ist naja es sieht halt keiner wer wer ist in dem moment jackson ist jetzt schon öfter gelegenheit gehabt theoretisch das ist relativ wenig saß so reaktor ist was hä was ist das denn jetzt hier ach das war ein ding ein nnnn interessant Nico hat mit mir gemacht naja ah da ist wieder das hier ok vielleicht jetzt ein haustier auch interessant so Nico ist es auf keinen fall es ist ja schon wieder so ein zeug was ist das denn an dem poste das ja alles zu machen oder was wahrscheinlich ekelhaft 2 3 wird ja fast einmal den button drücken und gucken was da los ist oh ne ne mein gott ey ah wieder sauber machen hier den meister sauber machen jetzt ist comms ja komm wir sind eh grad hier dann machen wir gleich mal comms xian macht auch gerade comms xian macht auch gerade comms ok xian macht jetzt die id fight und benni ok jetzt haben wir ein paar mehr ähm ok jetzt würde ich gerne zwei sachen wissen erstens nico liegt oben bei communications zweitens fight und benni sind beide von oben gerade runter gekommen hat das richtig ich habe jetzt relativ lang in diesem communications ding drin ich habe die ganze zeit jetzt versucht dieses communications ding da wieder ins laufen zu kriegen ja und dann bin ich endlich runter gegangen ja und nach dir kam benni hinterher also du hast nichts mitbekommen sozusagen nö ähm dann call ich benni was mich mal kurz interessieren würde was mich mal kurz interessieren würde ist also diesen also es hat halt jemand noch weil noch jemand oben habe ich habe sonst niemanden mehr gesehen aber con eine sache noch ähm ich bin's nicht ist ok ja also wie gesagt ich wollte ja erstmal nur wissen ob einer von euch beiden was gesehen hat weil ihr halt beide von oben runter kommt und oben liegt einfach nico das war nur so eine generelle info ja nee alles gut ey Robcu wie war es auf dem Klo ja Robcu stand einfach rum ok da ist ja jetzt glaube ich da stand auch durchgehend beim Lagerfeuer jaja ich glaube da steht immer noch auf Lagerfeuer ja Robcu macht die Robcu macht die Robcu macht die RefK Strategie vom Moist Critical ich verstehe ich war auf Klo jaja ich verstehe ich verstehe ich verstehe normal Selten. So, Rachel and Nico sind tot. Okay, und Fight ist es, oder was? Nee. Wir denken, Benni ist es. Wir denken, Benni ist es, okay. Ich tendiere zu Benni. Ich tendiere auch zu Benni aufgrund einer früheren Geschichte auch noch. Ja, und Cian kann es auch nicht sein, weil Cian war jetzt erst unten bei KOMS und währenddessen ist ja Nico hochgelaufen. Ja. Aber da wir ja länger blauchen wollen, wollten wir es gibt, ne? Nein. Doch. Die Tasks können wir noch easy voll machen. Mach mal Self-Vote, das ist der neue Skip-Button. Das haben sie jetzt in dem Update geändert. Wenn wir jetzt Benni voten und er ist es nicht, ist das dann ein Nachteil für uns? Dann habe ich wieder verkackt. Auf jeden Fall. Wenn du willst, dass ich verkackt habe, vote einfach Benni und freue dich, wenn das nicht ist. Dann schieben wir das auf Conan, also alles gut. Okay. Okay, nämlich, ich habe eine Frage an Fight, Digga. Ich habe vor dir Nico getötet und du hast es nicht gesehen? Perfekt. Nee. Das hat mich nicht gewundert, weil dir kam beides so runter und Obi kam einfach... Ich möchte noch kurz sagen, ich möchte kurz sagen, ich habe die Runde gewonnen, indem ich auf Clover. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist die Pist-Strategie. Ja, ey. Ich war wirklich auf Clover. Was wollte ich von dir? Das war ja wirklich strange, ey. Ich fand, also, ich hatte Benni halt am Anfang so komisch rumlaufen sehen bei dem Reaktor und vor allen Dingen war der schon wieder umgedreht, bevor der Reaktor aus war. Ich wollte dich töten, aber ich habe... Das ist auch schon so nervig. Das kann ja... Aufnahme ist auch schon ein Jahr her oder so. Ja. Ja, aber nee, bei Ersche muss man doch die Karte swipen, um die Tür zu öffnen. Ja, das ist doch schön. Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, Känzer. Wer halt Karte nicht kann. Das stimmt. Bei Dings muss man irgendwie so Schalter drücken, aber das geht schnell. Ja, bei Polus. Oh, bei Polus, ja. Skate und Polus sind, glaube ich, gleich fast so. Nee, bei Skate musst du tatsächlich warten. Fünf Sekunden. Ist das so? Stimmt, stimmt. Bei Skate können wir die nicht noch machen. Ja, ja. Und wie war es bei, wie war es bei Mira? Mira hat auch, glaube ich, diese Schalter, ne? Ich weiß es nicht mehr. Es sind entweder Warten oder Schalter, aber ja, klar. So, nächste Runde? Ich glaube schon, aber ich weiß es auch nicht, sicher. Ja, let's go. Nehmen wir eigentlich auf, ja. Oh, ne? Ja, nach neun Minuten kann man schon mal... Ja, du hast bestimmt auch gemacht, wie meine Klospielung betätigt. Das finde ich gut. Warum zeigt es auf Discord eigentlich nur C... bei mir und alle anderen Namen sind ausge... Was ist das? Streamer-Mode. Streamer-Mode. Ah. Streamer-Mode. Achso, geht weiter. Ja, sofort. Ich muss kurz meine Porno-Down-Uns ausmachen. Ja, was gelernt. So. Ähm. Komm, wir starten nach unten. Wir starten nach unten. Wir machen hier einmal schnell Greenhouse. Die Feeding hier mitnehmen. Ah, das ist gar nicht das Gemüse mitnehmen. Aber meint. So. Und dann haben wir jetzt nämlich hier hin. Was? Ah, das ist Pilzen pflücken. Und die... Und die Kristalle. Damit müssen wir ins Labor. Und da haben wir endlich den Korb... Nein, wir haben nicht den Korb. Ah, nein. Das ist das Ei. Das ist auch wieder so komisch. Okay, dann gehen wir erstmal jetzt hier hoch. Wir machen erstmal die anderen Sachen. Wir machen erstmal... Das ist wieder die ID. Nein, das war eins. Jetzt schon wieder. Okay. Wie ein Selfie-Porten macht. Ich fass es nicht. Okay, ja, okay. Also ich hab vor meinen Augen gesehen, wie Robchoo Reggie getötet hat. So ein Quatsch. Du hast ihn gekühlt. Ja, ja, ist okay. Ist okay nochmal. Ja, was soll das denn? Bitte Robchoo rauswoten. Sonst in der nächsten Runde könnt ihr mich rauswoten. Robchoo, bist du ein Quatsch. Nein, wir können auch einfach skippen. Ach, Xena, labert wieder. Robchoo, Robchoo. Ja, ja, ist okay, Robchoo. Bist du... Weil die letzte Runde so scheiße war da jetzt was gegen mich. Ja, ja, ist okay. Ja. Robchoo, bist du ein Imposter? Ob ich ein Poster bin? Ich bin's nicht. Du hast doch gesagt, ein Imposter sagt es nie. Ich bin ja auch keiner. Okay, wir gucken mal. Ne? Der Aspekt feilt, ne? Ich hab dir eben so geholfen. Jetzt, wenn ich den Kaffee. Ich hab dir geholfen, bevor du gesagt hast, du bist nicht. Ey, meine Strategie war einfach, ich... Ich hab mir von Anfang gesagt, ich war von Anfang an die ganze Zeit Robchoo. Einfach aus Prinzip. Hab ich gemerkt, ja. Und dann ist er echt der Poster. Deswegen hat er das ein Stück Bild, weil, also aus, wie heißt das? Nicht aus Hass, sondern aus Prinzip. Ja, genau, danke. Ja, ich weiß nicht, was sowas ist, deswegen. Ja, ja, ich hab gesehen, ich hab vor meinen Augen quasi den, das war wie so ein Irrschreit vor meinen Augen und am Ende hat er ihn einfach in den Kopf geschossen. Ja, ja, ich weiß, vor allem, und ich hab auch, ich, und ich steppe aber auch aus Versehen, die sind Pilz da aktiviert, das wollte ich auch nicht, ja. Weil, dass du gleich vorbeikommst, das war mir klar, dass das passieren wird, aber... Dieser Pilz, und dann war ich vom Pilz irritiert, und dann, naja. Dann glauben die ihm auch noch. Eigentlich wollte ich Xeranod als erstes killen, aber dann ist mir Veggie aufgefallen, und dann musste der weg. Counter-Fight votet mich einfach, er hat nämlich so viel, viel getan hat. Das war gar nicht. Ja, sehr schön, kurze Runde. Let's go. Ich bin ganz froh, dass die Runde schnell rum ist, weil ich hätte ein Ei ausbrüten müssen, und, nee, kein Bock. Sat. Okay, den Tars kommen wir noch nicht gesehen. Das war kein Tars. Auf Klo, deswegen. Nein, dann kennt ihr den Tars noch nicht. Dann kommt ihr irgendwann noch zu euch. Oh, meine Hände, Scheiß. Das war ein Witz, weißt du, was ich suche? Die Klo-Tars ist auf der Airship, ne, da musst du das Klo auch machen, aber, also, ja, aufschnupfen, ja, Wingsbums. Ja. Du wirst Bescheid, so. So. Promate, ich will endlich mal wieder diesen Korb haben mit den Kristallen. Ich hab wieder nicht den Korb mit den Kristallen, ich will. Okay, aber ich hab diesmal ganz viele Sachen hier. Das war ganz einfach. Wir müssen wieder Arm drücken. Äh, nicht Arm. Soll ich mal Arm drücken? Oh, jetzt sind wir richtig stark geworden. Und hier war noch irgendwas. Irgendwas war hier noch, Scheiße. Was war denn hier noch? Da musste jetzt irgendwas noch in Gelb sein. Hey, hier war doch noch ein, das ist da unten. Ich bin tot. Okay. Okay. Counter findet Rob Chu. Ja, ich war gerade auf dem Weg zu den Communications und da lag er dann, äh, wie heißt das? Moment. Bluten und aufgeweiden lag er auf dem Boden, auf dem Boden lag er. Ach, ach, wirklich? Okay. Ich dachte, er hätte ja auch an der Decke sein können. Irgendwo zwischen Labs und Greenhouse. Labs und Greenhouse. Hä, du warst auf dem Weg zu Kommunikation? Achso, er war gar nicht bei Communication. Nee. Also war er bei Jungle. Ich war von Labs auf dem Weg nach, ähm. Ja, also Jungle. Ja, genau. Okay. Sag ich noch. Also, der muss ja hinter mir gestorben sein, weil ich bin nämlich, ich bin nämlich gerade nördlich vom Greenhouse. Also ich würde Benni erstmal ausschließen, weil der war die ganze Zeit im Lagerfeuer. Glaube ich. Ja. Also, okay. Also ich kann, ich kann auf jeden Fall sagen, es war niemand, der, der, also wer auch immer das war, muss relativ weit hinten gewesen sein. Also ich denke mal, das wird jetzt eine Gruppe von Leuten gewesen sein, die nach Greenhouse, äh, Quatsch, die nach Communications gehen wollten und ich glaube, ich war jetzt vorne an, weil das Ganze ist nämlich hinter mir passiert. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war es Robby, aber Robby, es ist nicht gekillt, wurde hups. Ich glaube, der Counter war mit mir am Strand. Ja, was willst du von mir? Also ich würde sagen, es war Conan. Mensch, was willst du von mir wissen? Äh, Conan, ich glaube nicht, dass es Conan war. Ich bin es nicht. Ich war mit Counter am Strand. Und dann ist der Counter weggegangen. Ja, ja. Und ich bin nicht weggegangen. Conan war links. Ich war auch die ganze Zeit links und dann wollte ich auch zu Communications und ich war gerade im Storage, also ich wollte gerade mich rüber seilen. Ich dachte, du wolltest mich was fragen. Nö. Ach so. Na, traurig. So, und jetzt ist er wieder tot. Nö. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, hat doch der Maul so. Ich verfolge Veggie gleich. Uuuuh. Gruselig. Jetzt bin ich noch gleich. Du bist doch tot, du hast gar nichts zu reden gerade, Kollege. Ja, nur weil du mich gekillt hast? Also, äh, wo war Nico denn? Das ist natürlich echt schade, dass er es gesagt hat. Äh, Nico, wo warst du eigentlich? Ja, ich bin der Imposter. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Alles klar, jetzt habe ich schon Skipps und Rose mit 9. Ich war zu nächst bei Comic-In-Case. Äh. Okay. So. Okay, wo müssen wir... Ach nein, ich habe schon die falschen Dings auf dem Fenster. Okay, ach nee, jetzt ist... Warte, ich habe gesehen, wo mein Task ist. Ich weiß, was ich machen muss. Ich habe es gesehen. Und zwar hier unten, der Eimer hat geblinkt. Na, genau. Hallo. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo meine nächsten Tasks... Bitte nicht die Angel, bitte nicht die Angel. Nein, die ist gelb. Nein. Dann würde die Runde ganz schnell beenden. Aber wie kann man so eine nervige Task programmieren? Kann man so eine nervige Task programmieren? Es ist... Oh, nee, echt. Das ist nicht schön. Bitte nicht die что-in-Case. Ich finde es gut. So. Oh, Benny hätte mich killen können. Hat er nicht. Hat er nicht. Darf ich merken. wenn es irgendwann zwischen bernie und jemand anderem geht werde ich da will ich sowieso hinlaufen okay so reggie liegt genau da wo wir hinlaufen sollten nämlich beim reaktor mir ist auf dem weg zum reaktor gerade wer war das denn mit der grad ich dachte ich war gerade oben bekommen ich dachte ich hätte gerade robt schon gesehen das kann sein wenn das ein shapeshifter war ja scheiße shapeshifter kann sich auch in tote leute fahren ja 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 klar das ist ja schlecht das ist schlecht also okay wenn du den wenn du den wirklich gerade erst gesehen hast dann würde ich feit dafür klären weil denn den also genau was er gerade meinte der war bei communications also ich habe ihn davor um 10 15 sekunden noch gesehen wenig vor etwas längerer zeit vorher gesehen habe war nico der war den habe ich zuletzt vor dem mining pit gesehen also es könnte ich bin der imposter und es ist dann vielleicht wirklich also es könnte es könnte sein dass nico das also zeitlich könnte es hinkommen dass er von da aus zum reaktor gegangen ist will ich nur sagen okay nico magst du dich äußern nö okay ich bin ja so also ich denke es ist konnen zerstört okay du bist mir nicht bös wenn ich dich jetzt vote ne okay gut also für mich ist konnen safe er hat mit mir schön gehangelt und ja wir haben beide die scheiß fisch geschichte gemacht gibt oder voten wir jetzt hier also ich habe nico gevotet ihr könnt ihr könnt machen was ihr meint ich gebe mir selbst wenn ich macht self-vote alles klar was hast du gemacht führen ich habe tatsächlich nico gevotet ich bin ein poster ich bin der dreckige denn ach verfluchter er hat gelogen das ist nicht gut das ist nicht gut ist ja okay aber dann bleibt jetzt hier eigentlich nur ja mit so jemand hier dazu alleinig brauche ich auch stehen jetzt hat man nico jetzt was zu sagen jetzt hab ich auch mal nicht fast mit dem ei gefunden yo nein tot ich wusste es ich wusste es so schon dass es war das war fein das haben wir beide gesehen oder tot leben tot leben tot leben er ist nämlich auch direkt bei mir zu zur kitchen deswegen ah ok nochmal ich fand nur zu beleid ich fand nur das nö von nico so so dreist deswegen habe ich den gewartet aber alles gut fein hallo ja was ja wir haben dich wir haben dich beide schon gewartet das ist aber nicht nett von euch das mag sein wenn du es aber bist dann ist es schon nett ihr seid doch verwandt ihr habt was hier ja entschuldigung dass du zu mir in die kitchen wendet ich wende doch nicht das mach ich nicht ja ich wende auch nicht mal und das ist auch nur der grund weil ich nicht weiß wo die wenden sind am boden sei wo die leichen auch sind die leiche ist an der decke nico geiler move möchtest du dich dazu äußern ich muss dir auch mal ein bisschen trollen richtig so muss ich aber kein schlechtes gewissen haben dass ich dich raus gevotet habe nico du bist der beste ey ja aber ganz ehrlich konsequent also so leute die abreiz wollen sind die die ich habe ja dich auch schon mal gewartet weil ich weil ich dich einfach nervig fand jetzt aber ich meine der imposter würde ja nicht sagen ich bin der imposter nicht sagen ich bin ich heute auf gerade eben die wachsache bekommen also ich möchte nur sagen und ich mache hier fixieren den teppich rot und was macht er als da gekriegt mich was ist das denn du ich habe keine kongern danke egal der poste hallo kann so was bin ich denn überhaupt da ich bin ich bin kummer ich bin pforte auch nicht das musste man glaube ich einfach nur machen oder das muss man nicht noch irgendwo hin mitnehmen ja das kommt die da unten hat mir klar hatten wir die schon mal hier an der ecke das ist ja das ist ah das ist von denen hier sehr schön oh guck mal hier sind drei millionen tasks ah der mülleimer in der cafeteria oh gott dann okay die zwei dinger hier wieder das ist immer das einfachste mit dem eimer hallo ich drück doch eh was ist denn los hier so und jetzt habe ich keine mehr im blick das heißt wir müssen comms reparieren hilft nichts wir müssen comms reparieren ich habe keine ahnung wo ich noch hin bin ja ich war wenn ich jetzt wüsste so was geiles habe ich selten gesehen ich hatte jetzt also also konntet würde ich mal ausschließen denke ich ich sag kurz warum ich nicht direkt die gedingst habe ich hatte jetzt gehofft dass ropchu vielleicht dem anderen ropchu hinterher ist und gucken konnte wenn er sich zurückverwandelt hat ja habe ich versucht er ist gewendet ja schade ich bin auch hinterher ja ja aber der ja uns kam also ropchu war mit uns unten und uns kamen von oben und von der seinwand ropchu entgegen also es ist weder weder konnen noch ropchu noch ich das ist glaube ich konfirmt und reggie auch nicht ich habe gedacht da waren gerade zwei ropchus oder habe ich das jetzt falsch verstanden ja eben ich bin gerade da hochgekommen ja und habe dann zwei menschen da rumstehen und feit macht sowas nicht das ist geil das war vier leute auf einen haufen und keiner nach vorne ist im poster aber wer das sicher ist dann drückt man den button wir standen zu viert übereinander und egal wer gekillt hätte es wäre nicht ersichtlich gewesen direkt wer es wäre aber wir waren alle crewmates unglaublich no one was ejected, perfekt boah ey ok aber dann ist es Xehan also wir müssen jetzt nur ein bisschen auf Xehan achten schön 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 jetzt schon eine lustige runde office not Xehan ach so man muss, ach man muss beide Dingsen, oh das ist ja so dumm nein ich hasse alles wie kommst noch wieso denn mich, du Bastard? also das, das, das war jetzt, das also Xehan ja los mach dich einfach wenn du Wäschchen gekillt hättest hätt ich nichts gesagt man ja ich stand auf euch beiden drauf und hab X gedrückt es war 15 man ist doch ein Scheiß geile Runde auf jeden Fall das war 15,50 Junge der Runde 1 wär schon quasi verloren durch halt, dass du mich genommen hast aber hättest du Wäschchen gekillt hättest was, 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 was was kann ich denn, was kann ich denn ahnen, dass sie dazu fiert, mir wirklich entgegenkommt alter, was du fragst das war super nice ich dachte vielleicht eine Person und dann kann ich mich schnell ins Stockship stellen und mich zurück verwandeln aber nein, vier Leute alter, ihr seid doch alle gehirn gefickt vor allem die Krasse ich bin die ganze Zeit Conan gefolgt und Robby hatte den gleichen Gedanken und ich glaub Benni kam dann auch noch an vier Leute und keiner ist Imposter, wie geil ist das? ich hab gedacht, ich lauf einfach mal Conn hinterher und streichle meine Pflanze ja ich hab echt versucht, dich zu verteidigen ich wollte auch nicht viel Point wenn du Wäschchen gekillt hättest, hätte ich auch den ignoriert und mir weitergelaufen ja ich ich stand halt auf euch beiden drauf und hab X gedrückt und mein Spiel dachte ich halt einfach, du musst sterben, tut mir leid ja ich bin halt ständig, ich wollte halt in Sichtweite sein damit ich sehen kann, dass du es auch wirklich tust und dann hat's mich erwischt ja erstmal musste der Cooldown ablaufen du stehst da vor den Bann und verwandest dich einfach direkt das fand ich auch sehr gut ja ich dachte, mein Gott ich meine, das ist auch sowieso klar, dass ich es war also okay, nächstes Mal sind wir alle ernst okay, alles klar ja Digga, ich meine, komm also gut, fairerweise muss ich sagen Conan und Veit haben es nicht gesehen, wie ich mich verwandelt hab also von daher wär's sogar noch also die Leute, die die sowieso wussten, dass ich es war ich hab nichts gesehen ich hab nichts gesagt ich hab mich ich hab mich nur vor den Leuten verwandelt die es sowieso schon wussten das ist okay eyy, Snake Cosmic Cube ist vollständig jetzt neu wo ändere ich das nochmal mit diesen Cubes ja das wollte ich auch gerade, ich hab jetzt vollständig jetzt muss ich einen neuen kauf, aber wo krieg ich den neuen her ähm, Hauptmenüge das ah, fuck, da müsste ich raus aus der Lobby, ne ja, dann brauch ich es nicht dann braucht es jetzt nicht sein ich hab nur den Mira Cosmic Cube der ist aber auch bei 0% weil ich ja auf der PS5 das alles gesammelt hab ich hab noch ganz viele, die ich noch nicht fertig der einzige nicht fertig hab, ist Gift Cube das stimmt das heißt, wenn ich jetzt richtig die Dinger, die ich jetzt sammle, die bringen mir jetzt sozusagen nix mehr weil die jetzt für den Cosmic Cube gesammelt werden äh, ja verdammt, okay das war richtig, um mir richtig die Strategiefehler zu räumen dann wäre ich das mal nach der Runde naja, wo soll man auch an, dass vier Crewmates sich gegenseitig so sehr vertrauen, dass die auf einem Flex sind passiert nie wieder ja, moin ja, haha, moin ok, ich hau ab ich bin jetzt aber gar nicht so abgehauen, wie sonst immer abhauen, ne jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll ich bin jetzt schon verwirrt ich wende ich will mal testen wohin das so führt hier hin hier hin ah, das sind nur die, okay das ist jetzt nicht so gut ich hoffe, jetzt kommt hier grad keiner ach du scheiße jeiks ja, wir gehen da zusammen hoch das finde ich sehr gut, Benni wir gehen hier zusammen hoch finde ich super, jetzt mach ich erstmal den Kollegen es dauert eine Weile, bis ich das drücke du musst ja auch das Rad mal ein bisschen drehen dreh mal ein bisschen am Rad Benni mach ich die Leiter dann bist du tot wie lang dreht er denn am Rad? so genug am Rad gedreht bin viel zu weit weg, ich kann mich nicht um den Reaktor kümmern und jetzt laufen wir so weit zu langsam los und jetzt nämlich sollten die auf dem Weg ja über die Leiche laufen wir laufen jetzt gemeinsam über die Leiche von Nico bis zu nach dem Weg und dann okay es war weder Conan noch Reggie aber Robq ja ja es war nicht das tut mir leid aber es war Robq ich bin es nicht ich bin es nicht auf dem Boden gefunden mal wieder also Kauter war auch eine lange Zeit mit uns also ich würde auch auf Robqy gehen ich möchte eine Sache sagen eine Sache möchte ich an Conan sagen ich bin es nicht okay also skippe ich also wenn es Robqy nicht ist Robqy ist es 100% ich hab doch gerade gesagt ich bin es nicht also er hat gesagt er ist es nicht richtig er hat es zu dir gesagt er ist es aber ich hab es zu dir gesagt weil ich dir damit klar machen möchte dass du bitte mir einmal zuhören möchtest und darfst und solltest indem ich dir nochmal sage ich bin es nicht schauen wir was passiert okay Alter ich hoffe ich verliere dir der Dixer okay okay dann war es ein Shapeshifter das läuft ja viel besser als ich dachte wieso wie kommen sie denn also den Gedankengang muss er mir nachher erklären aber finde ich gut Worte jetzt Veit raus so ähm sollen wir dann okay wie sicher sind wir uns dass es Conan nicht war Reggie äh ich will mal deine Begründung hören warum soll es nicht Conan sein das habe ich noch nicht ganz verstanden weil ich glaube also ich war der Meinung der 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 Kill äh der letzte Kill eben der reported wurde ich habe nämlich die Leiche noch kurz gesehen der muss ganz kurz vor Ende passiert sein also ich hab was ich gesehen habe ist ich habe Veit und Robchu gesehen die irgendwie von also gefühlt von der Leiche weggelaufen sind und dann hat einer von beiden reported das habe ich in der letzten Runde ganz kurz noch gesehen gehabt deswegen dachte ich auch okay alles klar es ist wahrscheinlich Robchu beziehungsweise so ein Robchu oder Veit und da dachte ich kann es Conan nicht sein weil der war ja hinter uns also es war definitiv etwas rotes was eben gekillt hat ja ja ich habe es auch also ich habe es halt auch gesehen deswegen bin ich mir bin ich verwirrt weil Conan weil also eigentlich müsstest du es dann gewesen sein Veit weil weil Conan Reggie und ich waren wir waren alle zusammen hätte er sich nicht wenden können also wenn dann muss das so ein ganz knappes Ding gewesen sein weil wie gesagt ich habe den Robchu da auch gesehen ich habe den Robchu da auch gesehen es sei denn es sei denn der Kill war schon länger her und du hast es falsch gesehen Veit hast du denn gesehen wie er ihn getötet hat ich glaube schon ja also ich glaube ich noch gefallen gerade okay weil das ist tatsächlich wichtig weil ich glaube davon ist es abhängig ob er es war oder nicht also 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 okay kurz also der Robchu den du da gesehen hast war auf jeden Fall der echte Robchu und da er nicht Imposter war kann er ihn nicht gekillt haben also mit anderen Worten entweder du lügst uns gerade an oder der der es war nicht der Kill und es war Conan dann hatte Robchu aber nicht reportet ja weil ja das weil es Robchu ist mein Gott das auch wieder war ja ne ähm ich weiß nicht was war jetzt hier die andere Vermutung ja das Reggie Reggie und ich waren die ganze Runde zusammen also es ist seiner für euch beiden also Conan ist ja still will ich mal anmerken ja ja wir sind zum gemeinsamen vor dem Reaktor gelaufen ich fuhrt jetzt ich fuhrt jetzt Conan scheiß drauf Bauchkückel ja komm wir müssen auf jeden Fall erwarten ja okay ich weiß nicht was du gesehen hast Counter aber Nico lag doch schon ganz schön lange rum echt genau gg okay sehr gut sehr gut okay ja okay also stimmte meine Theorie dass der schon länger tot war ja okay gut deswegen fand ich ich musste grad so mich so zurückhalten nicht immer zu lange als bald gesagt der hat den grad getötet auf jeden Fall der hat auf jeden Fall jemand rotes den getötet die das so her okay ja die Sache ist die Sache ist ähm wenn da was rotes rumläuft und äh nicht reportet wurde dann ich hieß das für mich der war's grad okay ich wollte weglaufen ich bin gleich wieder da ich guck mal ganz kurz hier ein neues Ding mit kaufen das dürfte die Lobby nicht zerstören ne nö du bist doch nur host oder 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 zur stelle ich glaub ich weil ich host bin Niko also wenn du angenommen du gehst raus dann wird ein neuer host festgelegt also von daher alles gut gut dann bin ich gleich wieder da so jetzt wirst du jemand anders den Startbarn haben zu eurer Theorie von wegen nicht wie Porten stimmt übrigens ich hab Nikos gleiche gesehen und weitergelaufen ah der Tweet Cosmic Cube ah den kann ich jetzt nutzen also das war mir schon klar also ich hab halt ich hab halt auch überlegt okay also bescheid fight uns jetzt oder hat er hat er einfach hat er einfach gedacht er hat den Tod gesehen oder hat ihn aber nicht gesehen ich hab ihn gesehen es war letzteres aber natürlich hab ich natürlich ihn einfach eiskalt liegen lassen ja ist gut dass du ihn gesehen hast war mir klar aber oder oder es ist okay aber ich meinte counter so ihr habt mich komplett richtig eingeschätzt ja ja alles gut war ich sehr gut das hat mich sehr gefreut äh wuchs pfiff ist doch richtig oder ah jetzt ja ja jetzt jetzt ja jetzt ja jetzt alles klar wer auch immer den Startbutton hat darf ihn bitte drücken ach stimmt wir tauchen den Startbutton nicht mehr verdammt du kannst eine Million Fische kann mich der Host wieder zum Host machen oh nein Moment mal es sind Rumpschuhe und fight jetzt beide rot oh nein das weiß ich nicht das sehen wir gleich sofort in der im am Lagerfeuer im am Lagerfeuer im Lagerfeuer Lied das L-A-G-E-R-F-E-O-E-R Imposter Lied schon wieder das ist ja langweilig das ist ja langweilig so krieg ich jetzt endlich mal wieder diesen ich krieg diesen Korb nicht mehr ich will endlich mal wieder diesen Korb haben das gibts doch nicht ist ein Korb nicht mehr dafür dürfen wir jetzt wieder Arm drücken ich sag immer Arm drücken das heißt irgendwie was ist das denn? Antelbang Dings irgendwas mit drücken sagt man da doch ich bin doch nicht dumm irgendwas mit drücken sagt man an der Stelle doch wo war denn das? hier war doch noch irgendeine Task oder? nein muss ich angeln? nein bitte nicht ich muss angeln Scheiße hmmm hm so so waiting as the hardest part oh Gott okay dann warten wir halt nicht äh hat keine Namen äh äh was was ist dir passiert? er hat auch keinen Namen alles klar lol und die äh die Person die ich gerade reported hab hatte auch einfach ingame andere Farbe also die war nicht gelb was ist denn nicht passiert? okay ganz kurze Info ich bin tot ja okay ah die ist noch bei der Level 1 also die wurde irgendwie durch Bots ersetzt glaube ich hat 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 äh also Robbio ist tot Robbio ist gelb hast du gerade deine Farbe verändert Veit oder was ist da passiert? ja okay ja das hat das Spiel durcheinander gebracht scheinbar wieso wieso konnte ich denn eine Farbe nehmen die schon vergeben war? ja ich glaube das sollte nicht ich glaube das sollte nicht ich habe auch jemanden gesehen der Fragezeichen 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 hieß ja ich glaube das sollte nicht wirklich sein auf jeden Fall okay also wenn Robbio wenn Robbio tot ist dann dann äh der ist schon länger tot äh habe ich auf den Vitals gesehen also ich bin Scientist mindestens 10 Jahre bin ich tot richtig okay also ich würde den Namenlosen rausvoten weil das finde ich sass will ich nicht will ich schon ja dass ich bei ähm ähm äh Xeon Xeon wo war die Leiche? äh der lag beim oberen Communications okay ja also ich war ja die ganze Zeit beim anderen äh äh Ding weil ich äh das äh äh ja ich weiß ich war ich weiß ich bin dir ich bin dir gefolgt gewesen äh ich hab dir gefolgt ich bin dir gefolgt gewesen ja ja bla deutsche Sprache und so ähm ne okay äh ähm Barterechi hab ich gesehen wen hab ich noch gesehen ja gut am Anfang halt ein paar Leute aber ja gut keine Ahnung ich vermute halt er ist gestorben während der Communications aus war oder so aber weiße nicht also im Anfang hab ich alle gesehen also ich hab keine Ahnung ich skippe ja ich hoffe er kann ich dazu nicht sagen doch das ist eindeutig Peres Punkt Punkt hat gewohnt gesetzt weiterfahren okay im Chat steht Punkt 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 hat gewohnt so ja guck mal hier ne der hat Fragezeichen hu 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 dat wer ist das ach nicht 23 so muss ich jetzt den Fisch komplett von vorne machen oder kann ich jetzt zumindest fortsetzen oh sorry oh Gott sei dank ich muss nur rumdrehen oh ich dachte schon das wär voll bitter wenn der verbrennt dass man dann einfach neue Fische sammeln müsste so weißt du wie ich mein das wär das wär voll kacke okay gut jetzt suchen wir halt weitere ach nee wir haben wieder wir haben wieder wir haben wieder sehr gut wir haben wieder okay damit gehen wir gleich ins Labor das ist ja gleich hier um die Ecke lol der Pilz hatte Delay der Pilz hatte richtig Delay so was war das denn okay da 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 äh hä die Pilze haben voll Delay was ist das denn ist ja dumm eh ich hoffe dir rutschen deine Ärmel beim Händewaschen runter hat er nicht gesagt jetzt noch hat er nicht gesagt alles klar oh ich find's auch geil wie da einfach als Player da steht namenlose ähm am Anfang hieß er Fight und danach wurde es dann zu Player das stimmt das hast also Fight ist ein Player ähm also ich wollte jetzt grad ähm ich wollte jetzt grad nicht warten bis ähm bis die Leiche gefunden wurde aber ich hab auf den Vitals gerade gesehen dass Conan tot war deswegen hab ich ein Meeting gecallt ich glaub ich hab Conan noch gar nicht gesehen diese Runde jetzt also nö ich auch für dich nicht seit wir wieder du hast mich nicht gesehen uns bewegen können der letzten Meeting Runde okay also äh ich auch nicht also ganz am Ende hab ich ein Player gesehen und äh äh Player äh da war doch noch wer wer war das noch ich war da auch in der Gegend okay okay also ich rede von äh äh bei Reaktor Greenhouse bei Reaktor hab ich grad noch die Temperatur eingestellt so ja also ich hab sonst nichts verdächtiges gesehen ich hab leider auch noch am Anfang der Runde Leute gesehen als äh Communications zuhause war ich würd erstmal skippen und der der also und Conan ist halt noch nicht so ewig lange tot also kam vielleicht 20 25 Sekunden kommt hin äh es gibt nur noch ich bin halt sofort geschlagen ich bin halt sofort geschlagen so aber ich kann immer den Tasks noch zu Ende bringen das ist ja auch was wert ja let's gooo und es sind nicht mehr so Friede allerdings haben andere noch scheinbar ganz viele zu tun also naja so ganz viel bringt's dann auch nicht aber was soll's ich muss ja trotzdem zu Ende machen aber ich will den Korb wieder haben ich will endlich einmal diese Korb-Task jetzt können am Anfang konnte ich sie nicht dann wurd's mir erklären und ich konnte's seitdem nicht testen das gibt's doch nicht als ob die jetzt so super selten plötzlich wäre als muss ich da pflanzen geben guck mal das sieht ein das eigentlich sieht aus wie ein Krok ich bleib dabei ja das war's ich bin fertig jetzt will ich wissen wo die vitals sind also hier ist die Kamera quasi eine Art Kamera da ist der da ist Imposti da ist er den verfolgen wir jetzt den lassen wir nicht mehr aus den Augen ich kann nicht höher ich kann nicht höher ich kann nicht höher ab haben wir ein Shame shift ok Wollte grad schon wieder auf die suche gehen weil ich den auf die weite ist gesehen habe ja tatsächlich als du hoch zu der Kommunikation ergangen wirst er ist direkt auf die hin wo ist nico direkt unter communication das letzte mal gesehen habe war in laboratory das ist aber auch schon eine weile her also als ich da runter oder so also ich glaube ich weiß nicht mehr wann ich auf die weite gedrückt habe aber irgendwann da als ich da oben bei den communications war oder so hat er auf jeden fall noch gelebt also gerade unten beim beach ich wollte gerade zu einem angeln gehen und da habe ich gesehen also totes okay also das hilft gerade weil ich war auch gerade in laboratory habe auch auf die weitest geguckt und dann musst du nach mir gewesen sein weil ich war im prinzip bin ich direkt ins laboratory gesehen gegangen und ich habe dich nicht gesehen und nico war auch im laboratory er war nicht im laboratory aber er war in der nähe ich war ich war nicht im laboratory ich bin ich bin scientist ich habe portal beitelt stimmt okay ja stimmt ich habe meine tasks fertig und bin jetzt durch die jegung gelaufen und gerade von jungle wollte nach oben für den communications ich bin echt los ich krieg diese ich bin echt wenn die ist gerade runter gegangen und ich wollte gerade hoch gehen ich überlege gerade sollten wir worten ich habe schon noch zwei tasks auch drei oder so ich bin mir ich bin mir ich bin mir vollkommen unsicher das sind schon wieder solche scheiß das sind schon wieder solche scheißrunden wo man niemanden sieht ich habe noch fünf tasks eine bekomme ich nicht hin außer die von denen scheiße welchen musst du auch machen also das wo man drehen muss hoch mit der kratzer hochgehen dann bei der mit das mit der spitzhacke und unten in dschungel noch zwei ich habe es gibt gewartet ich dachte nur vielleicht kann man dir irgendwie helfen oder so hat den namenlosen spieler gewartet von der namenlosigkeit wirkt er für mich ja meistens das so ach so ja ich kann nichts mehr tun ja stimmt ich bin ja fertig ich wollte die weiter suchen das wollte ich machen hatte wo hat er gesagt sind die weiters laboratorie hat er gesagt na wo sind denn lieber ach hier da sind die weiter ist alles klar okay habe ich das auch mal aber mich hat doch also jetzt mal kurz retalken hat doch reggie von gekillt zumindest jemand der hat so aussah wie er kann natürlich auch sein dass das dann es läuft ja auch noch ein roter player ich weiß nicht was hier abgeht dachte wenn sie wirst gewinnt jetzt ist hier die ich dachte der player ist der fragezeichen typ jetzt ist der player tod ich habe gerade gesehen wie der vor meinen augen gekillt hat und dann in event geschwungen ist ich vertraue sie an diese runde eigentlich also wenn er wenn er mich jetzt anlögt dann gut aber ich glaube es nicht er lügt dich an ne tue ich nicht aber ok doch tust du ich habe meinen guardian angel an der falschen stelle benutzt das ist furchtbar schade ich finde ich finde alles was gesagt hat klang eigentlich stimmig deswegen habe ich ihm vertraut ich habe neben mir das machte ich wusste ja auch immer exakt wann wer welcher kill passiert ist deswegen konnte ich die rolle auch perfekt spielen ich frage zum dritten mal aber jetzt frage ich dich zum ersten mal bist du shapeshifter gewesen bin ich dumm doch 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 in dem moment wo ich dich gekillt habe konnen da war dieser fungus aktiv der alles aber mich hat so ein dunkler gekillt ja 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 genau da war ich gerade gescrambled aber das war auch nur als edit layer of security falls es doch jemand hätte gesehen also gesehen hätte weil ich wusste ja meine maskerade auf aufrechterhalten dann habe ich als geist völlig umsonst immer reggie verfolgt okay ne 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 das war das war ich die ganze zeit also auch ohne dass siehst du doch wer imposter ist wenn du geist bist meistens menschen auf der karte jetzt es gibt diesen haunt modus und dann kannst du ah den habe ich nicht genutzt stimmt du hast recht den kann wenn du gar nicht angel bist hast du den modus nicht den musst du musst den imposter dann selber suchen ah ok also ich finde und eine minute warten auf den nächsten ja stimmt den haunt modus habe ich komplett vergessen ah den muss ich wieder anmachen das nächste mal ich hab einfach den falschen beschützt ich schütze nie wieder wenn ich ich finde es aber geil wenn ich auch mal eine rolle kriegen würde ich war noch gar nicht sehr also ein scientist, kein angel, kein ingenieur, kein ja ich bin ein nichts richtig so können wir die nächste runde anfangen ja echt mal ja wir wollen gamen aber nach der runde machen wir die paul den part zu ende weil wir sind bei einer stunde oh geil also 52 minuten im morgens ist so ein geiles spiel ehrlich der kleine armburgie nach einem nach gefügt zwei jahren mal wieder eine folge hochladen ja das wird das wird bombe ne ich guck mir das dreimal oh nein ich verkack das doch nur wieder ich verkack das doch nur wieder hallo ich bin an diesem fass gerade irgendwie hängen geblieben das war ja weird okay vielleicht sollte ich die vents mal ein bisschen mehr nutzen ich weiß es nicht ich mach jetzt erstmal den kristall sauber aber wir haben ja auch stehen was ich machen muss ne hoch ist es weg da oben okay da ist gar nicht oh guck mal communication habe ich drei sachen theoretisch ich sollte weg gehen ich sollte hier ganz schnell abbauen ich bin ich bin halt immer so ich kenne es so viel zu schnell ne und bald ich die möglichkeit habe drücke ich drauf so komplett ohne ohne dings aber jetzt bin ich weit genug weg jetzt kann keiner mehr was anhaben aber hier hinten eigentlich auch hier kann man auch hinlaufen aber da ist nirgendwo ja interessant okay ach nur benni ja juckt also die leiche liegt rechts von lookout mhm ja und ich ich hab ne weile nico verfolgt er ist mir eigentlich nicht sass aufgefallen aber er war am ende in der nähe er hätte es sein können er war äh ich war aber rechts ich war vom reactor aus zu upper engine ich hab die leiche nicht gesehen nico bist du ein poster vielleicht na klar also diesmal nicht mhm ja ok ok fahrern und kochen also wortet ihr alle konnen ich verstehe wieso mich jetzt schon wieder weil du so still bist ja was soll ich denn immer sagen wenn ich nix weiß ja keine ahnung dass du stinkst und was weiß ich nicht irgendwas musst du sagen ruhig aber nicht ja dann bist du dann muss mich alle raus und dann geht's weiter und du kannst nicht mal mitspielen win win ich hab keine ahnung ich hab das gibt ich behalte mir vor beim nächsten mal ich spiele ja sogar noch mit wenn ich mich raus wollte ich muss ja trotzdem das geist tasks machen ne musst du nicht ja hä musst du nicht natürlich das ist eigentlich auch voll blöd er ist voll blöd die Kollegen zu unterstützen ich stelle mir vor du stirbst und gehst dann weiter arbeiten hast du noch besser was zu tun ja du rettest dabei ja die Leben deiner Mannschaft ja ja na und es ist mir doch scheißegal wenn ich tot bin wenn er tot ist es ja tot also kordern wortet mich oder skip ok bei dir Auswahl das ist ja lustig nico und ich habe nico gewolltet wenn das kein zufall ist so ja einer einer ist raus aber es ist alles nicht so alles nicht so cool gerade ich weiß halt echt nicht also das ist so hier Imposter spielen finde ich echt schwer auf der Map oh das sieht der Schatteneffekt ist mir vorher gar nicht so aufgefallen das sieht aus ok genug Schatten jo das ist jetzt überall oder was sehr interessant dass man sozusagen nur dann die Teilheit sieht Dämonen halt tschüss weh da kommt jetzt einer hoch weh da kommt jetzt einer hoch wenn ich gerade da runter komme das ist so kacke dann das ist immer so kacke wenn da einer runterkommt wir machen jetzt mal ein bisschen Armdrücken hier ne so den Eimer machen wir auf jeden Fall auch na guck mal ich hab bei Beach sogar collect shells wir collecten shells ich wollte mein Tier nicht streichen aber ist okay ach der hat doch noch gelebt ey ich jedes Mal wenn ich Xehan wir denke oh ich verfolge Xehan nicht mehr weil der ist ja Crewmate wird er gekillt das ist so frech das ist so frech das ist so frech halt die Klappe du bist im Postal wo war jetzt die Leiche die Leiche ist in Communications äh liegt schon in längerer Zeit da ich bin äh ich bin sicher Wissenschaftler oder so ok dann würde ich dann würde ich Robch und Leon dann würde ich Robch und Leon dann würde ich Robch und Leon ja wortet man Conno und guck was passiert Robch und ich waren eigentlich die ganze Zeit bis auf auch zu labern wo er Conno und fertig ist ich war Conno gut dankeschön ja ja mein Gott und wenn das nicht ist will mir fight ja Selfreport wäre halt auch möglich tippern wäre halt auch möglich jawoll das ist das beste Spiel der Welt hast du mich jetzt gevotet oder was ja warum ich bin der beste 100 Spieler dieser Welt ey BOOM ich würde überhaupt nicht für besser als du aber Glückwunsch ey ich bin so gut in diesem Spiel das gibt es einfach nicht Conno ist so schlecht wie soll es denn sonst gewesen sein ey da lief nicht so gut Conno versteht einfach nicht wen er killen muss ich kippe immer zu schnell nein du killst vor allem erst pass auf du musst erst mich killen und dann Xerano sonst funktioniert das nicht stimmt eigentlich musst du raus du musst raus das ist eigentlich wahr wenn ich Imposter bin jetzt dann gleich dann kill ich dann Robshu das ist auch Xerano so äh bitte nicht die nächste Runde starten ich würde den Part kurz wählen das ist so frech das ist so frech in Runde 1 verfolge ich ihn viel zu lange deswegen danke fürs zuschauen an der Stelle Conno ist ein schönes Land und tschüss im nächsten Part tschüss 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 tschüss